Ich begrüsse Sie zum Treffen mit den beiden Cheftrainern nach diesem Spiel und bitte gleich unseren Gast, Paolo Tramezzani, um seinen Kommentar. S'il vous plaît, votre commentaire après ce match. Ich bin content, bravi, haben gewonnen, mit caratter und personalität. Venir hier nicht ist leicht. Contra eine vera squadra. Bravore allenatore, haben alles. Aber es ist eine bella sensazione da parte des allenatori. Wir wissen, was wir gemacht haben. Wir wissen, dass wir diese Leistungen wiederholen können. Ich wünsche mir, dass wir in der nächsten Zürich noch eine squadra, die wir heute in Campo gesehen haben. Vielen Dank. Raphael Wicke, wie fällt dein Fazit aus nach dem Spiel? Ich bin natürlich nicht zufrieden, dass wir den Heimo zwei Pink abgeben. Das ist klar. Es war ein schwieriges Spiel gegen einen sehr kompakten Verteidiger und Gegner. Wir waren in der ersten Halbzeit recht dominanzig. Eigentlich auch genug Möglichkeiten gehabt haben, um ihn im 16er einzudringen, um einen Torschuss zu haben, der letzte Pass. Und es hat vielleicht ein bisschen einen Dosenöffner gefehlt gegen eine tiefstehende Mannschaft. Sie haben das gut gemacht. Nachher müssen wir sagen, dass wir sehr schlecht unserer Halbzeit rauskommen. Wir waren in zehn, zwölf Minuten nicht da. Wir waren uns in diesen zehn, zwölf Minuten. Und sind da, auch der, eigentlich unserem Nix, in den Rückstand geraten. Durch das hat Penalti. Dann wird es natürlich noch schwieriger, wenn ich gegen einen tiefstehenden Gettner. Da hat die Mannschaft super reagiert. Es ist eine gute Reaktion, kommst du zurückkommt. Dann hat man alles versucht. Aber insgesamt über 90 Minuten hätten wir, glaube ich, genüge Möglichkeiten gehabt, für mehr als ein Goal zu schiessen. Aber ja, schlussendlich bin ich natürlich nicht zufrieden, dass wir hier nur mit einem Punkt dastehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte eine Frage. Se bitte eine Frage. Mit dem Mikro. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, es war zu guter, emp私 und meinem Namen vor der Schroese. Ich habe den Bild guten Gru Boeing gegeben. Ich habe den Bildера Tangac robić, auf dem Dotiert zu lassen. Ich glaube, das nächste Spiel ist, ich freue mich sehr, 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 sehr. Valtere Fragen? Allora, ciao Paolo, parlerò più di Mario. Come ha valutato la sua prestazione? È vero che all'inizio, quando siete arrivati, quando siete stati sul plastico, lui non ha voluto una grande volontà quando ha visto questo plastico? Non è piaciuto a lui? Oggi? È scivolato durante l'inscaldamento? No, invece abbiamo parlato del terreno. Io preferisco il terreno naturale, però questo per essere un sintetico è veramente un bel sintetico. Io credo che soprattutto un giocatore con le qualità tecniche individuali, col primo controllo che ha Mario, giocare con un terreno così, e l'ha fatto credo anche vedere diverse volte stasera, sia stato un vantaggio. Non è stato un problema per la sua prestazione come non è stato un problema neanche per gli altri giocatori, per i miei ragazzi. Non siamo stati assolutamente penalizzati dal terreno sintetico, né lui, né la squadra. Grazie. La prossima domanda. 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 Lugano klar geschlagen, aber er hatte überhaupt nicht so etwas Mühe. Da hast du dich auch kritisch geäußert und gesagt, wir können nicht immer Manchester City erwarten von uns. An was müsst ihr vor allem arbeiten, in deinen Augen? Also es geht mir nicht um Manchester City oder so zu spielen. Es geht mir einfach darum um die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung von mir ist nicht, dass ich jede Halbzeit 3-0 vor bin. Es ist eine sehr ausgeglichene Meisterschaft. Es sind alles sehr gute Mannschaften. Ich gehe nicht in einen Match und habe das Gefühl, wir sind in der Halbzeit 2-3-0 vor. Das ist nicht die Realität im Fussball. Es gibt fast keine Mannschaft, die immer in der Halbzeit vor ist. Dass wir in der Halbzeit in Lugano auswärts bei einer guten Mannschaft 1-1 sind, ist nicht etwas Negatives. Dass wir nachher besser spielen können können, ist Fakt. Das haben wir auch gemacht. Es geht eigentlich um die Erwartungshaltung. Heute habe ich gesagt, in der ersten Halbzeit war es so, dass wir sehr dominant waren. Eigentlich waren viele bei ihnen in der Halbzeit, um den 16er Raum. Aber wir haben einfach den Dosenöffner gegen eine tiefstehende Mannschaft nicht gefunden. Was mich jetzt eher stört, sind die ersten 12-15 Minuten der zweiten Halbzeit, die nicht gut zu uns gekommen sind. Die waren auch nachher recht offen auf Konter. Das muss ich noch einmal anschauen. Und dann müssen wir es sicher schaffen, wenn du gegen eine tiefstehende Mannschaften spielst, dass du nicht offen bist auf Konter. Gut, wenn alles geklärt ist, wünschen wir allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am 30. Oktober bei IB gegen Basel im FC Sion. Gute Heirais. Danke vielmals, bis bald. Danke. Danke.